die kündigen sich nicht an die schweine wieder angst pipi in der hose war nur einer war der wollte ich glaube ich gerade essen dem sagt man danke tom g das geht es geht auch warte wir kannst ihn ausschlachten oder solchen ausschlachten lacht aber weil er kann ich nicht wie herzlich mein ding ist auch total verdreht wieder warte mal eben das nervt gerade voll hast du machst du das jetzt schon mal nur einer war der war mutig war aber wechseln oh man was willst du nehmen wir zwei also stand jetzt